Kübler Drehgeber und Motoren, das passt einfach zusammen. Für Asynchronmotoren bieten wir zahlreiche Drehgebervarianten, wie Sie hier sehen können, an. Wir bei Kübler sind in der Lage, individuell auf Ihre Kundenwünsche einzugehen. Beispielsweise, wie Sie hier sehen können, spezielle Drehmomentstützen. Auch im Bereich der Anschlusstechnik bieten wir für Sie individuelle Lösungen an. Beispielsweise einer unserer Drehgeber mit Sub-D-Stecker. Am Beispiel der Lüftermotoren möchte ich Ihnen einige Vorteile näher bringen. Die optimale Anbringung an oder unterhalb der Lüfterhaube ermöglichen wir durch eine kompakte Steckerlösung oder alternativ durch einen tangentialen Kabelabgang. Ganz gleich, ob inkremental oder absolut, wir bieten Ihnen stets eine gleichbleibende kompakte Baugröße an. Für Servomotoren bieten wir kompakte Motorfeedbacksysteme an. Bei dynamischen Achsen, gleichmäßigen Geschwindigkeitsregelungen und Positionieraufgaben werden unsere Motorfeedbacksysteme eingesetzt. Wir bieten Ihnen Singleturn- und Multiturn-Varianten an mit Konuswelle oder Einsteckwelle. In der Singleturn-Variante bieten wir Ihnen eine maximale Auflösung von 24 Bit an. Mit der elektrischen Schnittstelle RS485 sind Kübler Motorfeedbacksysteme kompatibel zur Hyperface. Abgerundet wird unser Drehgeberportfolio mit unseren standardlagerlosen Drehgebern oder unseren kundenspezifischen Lösungen im Bereich der Asynchronmotoren oder Großmotoren. Mehr Informationen erhalten Sie im Video von meinem Kollegen Felix Gallenmüller.